Die Eintageskombi mit Depowirkung gegen Steinschlag Kat! Anja! Was redest du denn da? Äh, ach Quatsch. Weil Barscheidenpilz jeder Tag zählt, gibt es jetzt keine Stehen-Gün-Oans, damit es endlich nicht mehr juckt an der Pflaume. Kat! Anja! Konzentrier dich! Entschuldigung, mich machen diese wackelnden Linien einfach völlig wahnsinnig. Echt? 31 Jahre machst du das jetzt schon? Ja klar, Alter, wer soll die Rolle denn sonst spielen? Also ich sehe das hier nur als Zwischenstation auf dem Weg nach Hollywood. Hab ich am Anfang auch gedacht, aber find nach der Rolle mal andere Arbeit. Die Leute verbinden dich nur mit deiner Serienfigur. Die Pause ist um! Ach, fuck. Hey! Was machen Sie da mit meiner Verlobten? Ach, Riegelchen. Es ist nicht, wie es aussieht. Doping für die Haare. Damit hat Alpezin viel Aufsehen erregt. Wir fragten Laborchef Dr. Klenk, was passiert eigentlich bei erblich bedingten Haarausfall? Das ist mir so egal. Schalt mal um, Alter. Hallo, mein Name ist Thorsten Wurms, Leiter Service Center bei Carglass. Und Cut! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut euch doch auch einige der anderen Clips von Ralf Rute an. Und abonniert seinen Kanal. Einfach hier klicken. Na, juckt's schon? In den Fingern? Ja, danke. Bis zum nächsten Mal.